Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Modern Warfare 3 Multiplayer! Mein Name ist Alex und I'm a Schnecke und bei mir ist Maibo. Die Leute sind sehr locker. Ich bin der Meinung, das interessiert ja eh kein Modern Warfare 3 und ihr könnt jetzt unten reinposten, wenn ihr doch noch Folgen sehen wollt von MV3, dann sind wir nämlich gewillt noch weitere Folgen zu tun. Sonst, wenn da niemand schreibt, dann wird das Projekt ja als gescheitert. Ach, ich weiß nicht, dass es gescheitert hat. Als abgeschlossen, okay. Ja, ist halt so. Ich mein, das Spiel ist einfach nicht gut. Das Spiel macht nicht mehr Spaß. Alex überredet mich immer stundenlang, damit wir das mal spielen. Ja, mir macht's schon ein bisschen Spaß, aber ich überrede euch ja immer, aber ich find's auch nicht gut, also ich kann auch gezichten, also... Genau, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, da... Ihr habt die Möglichkeit, es liegt in eurer Hand, dieses Let's Play Projekt noch zu retten. Gibt's ne übelste Petition im Internet dann? So übelst wie gut Stimmen, die dann gesammelt wurden? Ich muss weitergehen! Und jetzt zeige ich dir dann noch der Präsident. Ja. Ähm, geht's hier mal weiter. Das zeigt schon die Qualität des Spiels. Es nicht schafft, einen vierten Spieler zu finden, weltweit. Sind doch Toxin Invictus, haben wir da schon mal gegen den gespielt? War das nicht einer von diesen ersten Cracks? Nee. Es sind hier nur Cracks in dem Spiel. So, du kommst jetzt aus meinen Boxen raus und nicht mehr aus meinem Kopf, oder? Egal, ich kann's jetzt nicht mehr ändern. Also es sieht so aus, als ob du noch mehr Probleme hättest mit dem Sound als ich. Ähm, hallo, Planet Erde, ist hier irgendwo mal ein Spieler, der dieses Spiel spielt? Naja, wir haben doch vor uns gesehen, dass in Shanghai und Tokio und das war's. In Afrika spielen es zwei Leute. Südafrika und in Bongoland. Ja. Schauen wir mal für Eros. Der ehene Spieler aus Bongoland ist offline gegangen. Der grüne Punkt hat nicht mehr geleuchtet. Hahaha, echt? Ja. Wir sind up to date. Im Bongoland wird gerade in W3 nicht mehr gespielt. Hahaha. Oh Quatsch. SNW und nochmal SNW. Ich glaube wir werden ziemlich abgefickt. Hahaha. Oh Mann, ey. Das sind hier solche Cracks, ey. Die nichts haltlos machen, als den ganzen Tag sich am Arsch kratzen, Burritos essen und dann dieses Spiel zu spielen. Und Mama rufen, wenn sie kacken müssen. Genau. Wie Cartman. Oh Gott, hab ich jetzt gerade Werbung gemacht? Hahaha. Das ist nicht erlaubt. Das Spiel ist zu laut, ich muss... Reaktion, leider. Schon wieder Clan-Ficker. EMP 30 Himmels und EMP... Scootery. Jens... Scheiße. Der meint bestimmt Shooter und hat was mit SCH geschrieben, ne? Hahaha. Das ist... Das sind die, die im MW3 spielen. Shooter mit SCH. Host Migration, ich... Was? Migration? Hahaha. Die Migration. Mann ey, wir wollen doch nur spielen. Nix mit Migration hier. Sie dürfen leider nämlich mitspielen und aus Migrationshintergründen. Haha. In Migrationshintergründen sind sie beim Spiel ausgeschlossen. Hahaha. Das würde mich nicht wundern bei diesem Spiel. So, vielleicht finden wir jetzt noch ein paar Spiele auf diesem Planeten. Die MW3 spielen. Auch noch ohne DLC sogar. Sie müssen eigentlich... Hinhauen. Ja los. Es sind mögliche Spiele, Güter Herr. Geht doch. Seien sie ein Team-Spieler und werfen sie ein paar Ballistik-Festen für eure Tab. Abschuss bestätigt sogar. Auf Erektion. Abschuss bestätigt. Äh. Ist doch nicht euer. Das geht gar nicht. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das wird scheiß! Das ist das für ein Scheiß. Sorry Leute, ich glaube diese Folge geht schon seit Ewigkeiten. Und ohne dass irgendwas Konstruktives passiert wird. Aber vielleicht haben wir euch ja trotzdem unterhalten. Ja, wie gesagt. Stimmt ab. Wollt ihr mehr MW3? Stimmt ab. Stimmt ab, ob dieses Spiel sinnvoll ist. Bitte. Taro und Check. Oh, wir spielen gegen Tschechen. Oh Gott. Klack im Lobby mit Chesky. Ja, immerüber kannst du ja ein bisschen mit dem unterhalten. Ja. Wenn ich wüsste wie man Chat aktivieren. Mit T. Und ich brauche Chat? Ja, weiß ich nicht. Mach einfach T. Was geht denn hier los? Ich guck mal hier in Optionen... Ach, kann ich jetzt bestimmt gar nicht. Dann würd's mich wieder aus der Party raushauen. Würde ich nämlich echt mal gerne wissen. Da steht Optionen-Steuerung. Chat? Chat? Sprachchat ist Z. Z, okay. Genau. Das ist bestimmt ein Kind, der wird nicht antworten. Die antworten doch erst recht. Mit ihrer ganz hohen Stille. Was los geht's? Jetzt geht's endlich los. Jetzt geht's endlich los. Jetzt geht's... Nasdaaas. Nasdaaas. Nasdaas. Das ist bestimmt immer los. Ey, ich drück jetzt mal... Äh, soll ich mal... ...die zeigen, während ich aufnehmen? Meine Stimme, kannst du nicht mehr drauf ... Es war... Die sind bestimmt schon über das Halt gebasen Alter, ich hab mich jetzt überhaupt nie aufs Spiel konzentriert Ist das schlimm? Ich hab grad Federgewicht 3 bekommen, es ist schief, weil ich so auch abgesprungen bin Alter, wo sind diese Ficker? Wir wollen jetzt mal ernst bleiben und dieses Spiel spielen ist nämlich ernst Dieses Spiel kann man ja nur ernst nehmen Alter, das ist so ein Ficker von hinten, ey Das Lachen ist in mir nämlich schon vergangen In mir jetzt auch langsam War das was wert? Nu, Arschloch Ich glaub ich muss doch nicht auf Z drücken, wenn wir dies kapieren Jetzt noch Alter, ich töte dich Jaaaa So sind sie doch alle in der D3 Hinter mir Was? Alter, wir müssen bei Arzt bleiben und gut spielen In dem Spiel geht's nämlich um Leben und Tod Es ist das wichtigste Spiel der Welt Was? Scheiße, das hab' ich selbst geflasht G18 Hauptsache, ich bleib' er nur vor dem Stein schon hängen Ich bin getötet Ach stimmt, wir müssen doch die Doctics einsammeln Der hat nix mehr, der hat nix mehr, der hat nix mehr Wo ist er? Der hoch, komm Oh, Alter, der wollte mich messern von mir Dieses Arschloch, ey Jetzt hab' ich's drüber so genutzt 15,9 ey, das können wir noch drehen Wer hab' ich getötet? Scheiße, nur genau Die Doctics liegen noch alle da Wie gesagt, wenn die uns töten, müssen wir denen nur die Abschlüssel verwehren Und dann ist's ja nicht so schlimm Ich leg' mal die in der Weste hin Auch wenn's Stunden dauert, die einzusammeln Ich find' die Westen so sinnlos Es dauert viel zu lang, die einzusammeln Auf jeden Fall Na, du musst die ja erst anziehen, ich meine Ja, es dauert eine Weile, das ist halt das realistische Spiel Westen kann man nun mal nicht sofort einsetzen Du musst die erst mal anziehen Und dann bringt die irgendwie überhaupt nichts Aber du kannst Tadis mit der MP5 abschießen Ich bring' die überhaupt nichts Nö, die bring' ich gar nichts Oh Scheiße Alter, ich bin so schlecht Es geht gar nicht Ich glaub' wir müssen den beiden jetzt mal richtig zeigen, wie's geht Äh, okay Okay, Mama Jetzt müssen wir zusammenbleiben Ja, genau das, ich wollte das Teamplay-Spiel Also ich bin jetzt hier an diesem Ding Ich muss halt von Demonstrationen Aber das ist halt Modern Warfare 3 Wie soll man da kommunizieren? Ich bin hier Da wo es überall gleich aussieht knowsah Warst du das? Warte, jetzt komm ich Samba Was klingt wie so eine Moschee? Die haben uns eh schon längst genuted. Ach und da ist einer. Hinter dir! Scheiße, er lebt doch immer! Nur so eine Sau, Alter! Alter, es kann doch nicht sein, dass es hier schon 20 zu 7 steht. Wir sind doch gut! NU! NU! Mit der Looptube, er ist ja eine Ficksau. Ich mach das auch die ganze Zeit. Na gut, es ist halt mw3. Ist mir auch egal, was die Leute auf mir denken. Ach, wir wollen das Spiel jetzt doch nicht so untermachen hier. Wir müssen nur objektiv bleiben. Aber ich vergesse dauernd die Dogtags einzusammeln, deswegen liegen wir so weit hin. Ist alles deine schon. Hm, denke ich auch. Scheiße, hab ich mich jetzt geflasht? Oder hast du mich geflasht? Hat deine Mutter mich geflasht? Das ist die Frage hier! Ich müsste doch endlich mal Akimbo G18 haben, ey. Wie oft denn noch? Ach, ist schon hier Dogtags nicht eingesammelt? Meine Güte! Ah, Schuss bestätigt! Schuss bestätigt! Das hat dich gerecht. Bitteschön. Leider der Dogtags schon eingesammelt, der Wichser. Boah, der hat Martyrium an, der Wichser! Na gut, hab ich auch. Finde ich aber gut, dass du das jetzt nie dauernd hast, sondern nur als Toilisse. Immerhin, da gibt's einen Lob. Wobei Martyrium einfach generell nicht alle sein sollte. Also, er neutralisiert sich dieses Lob wieder, durch seine Kritik. Und ist dadurch egalisiert. Es gibt sogar das Wort. Ja, es gibt's. Und da diese Scheiß, äh, was auch immer, Tretmine da, die ich die ganze Zeit schon gesehen habe und ich bin trotzdem drüber gelaufen. Ne, du musst ducken. Dann... Alter, wie der uns ge... Boah, nee, das gibt doch gar nicht, oder? Ja, weil ich hängen geblieben bin. Ich hab nur dieses gut erholt, ey, das nervt doch. So, jetzt sammle ich mal meine Doctack ein. Nu, Alter, so eine Wichszaue! Oh, ich war letzter Death! Oh, oh... Du hast mich ja noch eingeholt. Ja, das wenigstens. Jetzt guckt's dir mal an, wie ich auf den Zug renne. Oh, wie das... Ich bin kein Speedgold! Oh, oh, oh... Ja, ja, egal. War doch ganz nett. Dankeschön fürs Zusehen, Leute! Haut rein! Äh, VOTEN! Vielleicht war das so... VOTEN, 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 Leute! Damit ihr weiterhin folgen zu sehen kommt. Ciao, euer Alex! Bye...